so so sie ich bin jetzt hier am bildsteiner berg so blickrichtung bildsteiner berg jetzt ist der eine weg den werde ich jetzt runter gehen und über bildsteiner berg wieder hoch gehen mal schauen wie lange ich dafür brauchen ich glaube wir hatten jetzt hier kurz vor 17 uhr irgendwie vier minuten vor 17 uhr auf eis werde ich verzichten vielleicht machen wir das dann gleich später mache ich jetzt mal eben wie ich lass mich mal überraschen lange das dort erst mal runter und dann den bildsteiner berg wieder auf jetzt mache ich die kamera aus und ab und zu mache ich immer an vögel zwitschern naturgeräusche jetzt bin ich ungefähr eine viertel stunde bin ich jetzt hier ja ja bin ich an der stelle wo der teich war wo wir dann den richtung den hang reingelaufen sind und eine sackgasse da jetzt bin ich an der stelle wo wir zusammen hier waren das war so nicht weit wenn wir weiter gegangen wären richtung also hoch so ich bin schon ziemlich weit an den teich wo wir zusammen aufgehört sind eine falsche richtung ok erstmal schluss zurück ich bin zurück ich bin zurück du Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 die letzten die letzten stufen gegenverkehr wanderer von oben bin oben bin oben so 17.46 Uhr haben wir und ich habe gebraucht 50 minuten habe ich gebraucht ich komme jetzt vom Blücksteiner Berg rauf 50 minuten habe ich hier links runter und hier wieder zurück so das war's jetzt komme ich wieder nach hause und erzähl das der Susanne oder dir